Ich komme gleich. Ah, hoi. Komm doch bitte hin. Hoi. Wie geht es dir? Ja, gut, gut. Wie geht es dir? Ja, es ist eigentlich eine ziemlich stressige Woche. Aber ja, vielleicht klappt es ja. Komm doch bitte hin. Hast du den Weg einfach gefunden? Ja, das ist einfach. Es ist ja nicht so egal. Es ist jetzt ja auch nicht so schwierig. Von dort zu Hause. Hast du Durst? Ja, gerne. Wollen wir gerne. Bisher. Also, gut. Was möchtest, wenn du noch nimmst und was hast? Ich kann unter anderem Öpfelsaft, Wasser oder sonst eben Öpfelsaft. Öpfelsaft. Das tut mir eigentlich gut, dass er würde sagen. Öpfelsaft. Er ist schön da, oder? Hallo. 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 Ähm. Ich merke, du wirst du schon. Nein. Nein. Warte. Ah ja, das macht nichts. Du nimmst es aus dem Schrank. Also, du musst nicht auf den Schrank. Es ist eh, wenn es sich verlemmert sind. Ach so. Ja. Nimmst. Nimmst du mehr? Nein. Nimmst. 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 Ja, dann sage ich, dann gehen wir noch kurz spazieren, ja? Ja. Ja, mal los. Alles mal los. Vamos.